Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Build. Heute mal was Neues im Real Life, nicht in Minecraft. Wir bauen heute mit Lego den Big Ben nach. Das habe ich geschenkt bekommen von dem Dallnick alias Robin. Bedanke ich mich nochmal, Dankeschön dafür. Und jetzt geht's los im Zeitraffer. Mein Name ist der Kurze, viel Spaß beim Video. So. Jetzt habe ich mal das Paket ausgepackt. Hier alles was hier im Paket drin war. Hier haben wir vier Tüten bekommen, noch zwei Platten und die Beschreibung hier mit hinten, wie er fertig aussieht, auch wie vorne. Und ja, das ist noch die Architekten-Serie, wo es noch mehrere gibt dieser Art. Und jetzt fangen wir mal an, den Big Ben zu bauen. Viel Spaß dabei. Und jetzt fangen wir mal an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020